Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Eva Peel. Ich bin 32 Jahre alt. Manchmal muss ich selbst überlegen. Ich arbeite jetzt seit elf Jahren hier in der Herz- und Gefäßchirurgie. Ich gehöre sozusagen schon zu den alten Hasen und ich bin Krankenschwester in diesem Fachbereich und betreue Normalzimmer-Patienten, aber auch Intermediate-Care-Patienten, die etwas intensivmedizinischere Betreuung benötigen. Was muss man mitbringen, um so etwas leisten, machen, durchhalten, leben zu können? Sehr, sehr viel Geduld. Man braucht Geduld mit sich selbst. Nicht alles ist einfach zu lernen. Man braucht aber auch viel Geduld mit den Menschen um sich herum. Der Job mit den Menschen ist so besonders, weil jeder unterschiedlich ist. Jeder benötigt andere Dinge. Jeder hat andere Bedürfnisse. Und auf all das eingehen zu können, mit einer Ruhe, mit einer Geduld, mit Freundlichkeit, benötigt einfach unfassbar viel Geduld und Durchhaltevermögen. Da muss auch ein bisschen Herzblut dabei sein, sonst ist man in dem Job nicht der Richtige. Weil hier sind ja wirklich alle gleich, weil alle gleich in Not. Also hilflos, egal ob das Machtmenschen sind oder egal in welcher Form, ob männlich, weiblich, egal welchen Alters. Die sind hilflos hier erst mal. Und das ist unwahrscheinlich sensibel, damit umgehen zu können. Also das muss wahnsinnig herausfordernd sein. Das stimmt. Es gibt viele Menschen, die dann anfangen mit, ich bin aber Privatpatient. Das ist was, was mich nicht tangieren darf. Mich darf weder tangieren, wie jemand versichert ist, noch welche Hautfarbe jemand hat oder wie viel Geld jemand hat und verdient. Das darf für mich alles nicht wichtig sein, sondern ich konzentriere mich auf den Menschen an sich. Und da ist Herkunft, Religion und alles mir komplett egal. Was, wenn man da so liegt, so hilflos, sage ich mal. Dann denkt man, ach, wer kann mich schon so ertragen oder so. Ich sage mal, in der schwächsten Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, wie man sich fühlt. Vielleicht eben nicht zurechtgemacht oder nicht Teil auf einmal der Gesellschaft zu sein, sondern in so einer Ausnahmesituation zu sein. Ich glaube, damit kommt nicht jeder gut zurecht. Was hast du da so erlebt? Es gibt natürlich sehr, sehr viele ungeduldige Patienten. Patienten, die krank sind, sind sehr ich-fixiert. Das ist normal. Man hat Schmerzen, man hat Nöte, man hat Ängste. Man konzentriert sich auf sich und hofft, dass es einem sehr schnell wieder besser geht. Das Problem ist, dass wir aufgrund des Personalmangels oft nicht jedem gleich gerecht werden können und jedes Bedürfnis erfüllen können. Wir sind aber immer bemüht, gerade bei uns in der Abteilung, den Patienten ein Gefühl zu geben von ganz ruhig tief durchatmen, wir kümmern uns drum. Den Patienten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie sich bei uns quasi fallen lassen können und dass wir die Arbeit übernehmen, weil wir sind hier Profis. Ich glaube, was ihr leistet, ist wirklich, man sagt das so hin, so ein bisschen übermenschlich, aber das kommt ja auch daher, weil das so unglaublich vielschichtig ist. Nur wenn man in einem Bereich gut ist, ihr müsst ja breit gefächert in allen Bereichen gut sein, weil ihr so krass viel abdeckt und ihr an der Basis seid, am Patienten, dann nach und damit eben umgehen müsst. Hast du das mitbekommen von zu Hause? Hast du diese Eigenschaften, Fähigkeiten erlernt? Kann man das lernen? Wie ist das? Ein paar dieser Fähigkeiten habe ich von zu Hause mitgebracht. Ich bin Scheidungskind. Ich musste mich als Kind schon um meine kleinen Geschwister kümmern zum Beispiel. Ich habe sehr schnell gelernt, was Verantwortungsbewusstsein bedeutet, aber auch Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Das habe ich definitiv mitgebracht. Aber es sind unfassbar viele Dinge, die man hier auch lernen muss. Man muss lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Kann man Blut sehen? Kann man es ertragen? Wenn Menschen Schmerzen erleiden, kann man den Tod sehen und ertragen? Das sind alles Dinge, die man lernt mit der Zeit und die zum Leben dazugehören, mit denen man sich aber oft im Privatleben nicht beschäftigt. Hier beschäftigt man sich mit den Dingen, die man sonst gerne ignorieren möchte. Die gibt es nicht. Es gibt keinen Schmerz, es gibt keinen Tod, es gibt kein Leid. Hier muss man das. Und das ist ein hartes Stück Arbeit, dahin zu kommen, dass man das kann, ohne dass es einen persönlich und emotional betrifft. Man verarbeitet das und lernt damit zurechtzukommen. Was hast du für Mechanismen dir angeeignet, um abzuschalten auch? Oder wenn du irgendwann mal die Klinik abends verlässt oder morgens, je nachdem, dass du dann sagst, jetzt bin ich irgendwie für mich. Wie hast du das oder was hast du für dich da gefunden? Ähm, ich bin tatsächlich leidenschaftlich Autofahrer. Mich bringt alleine schon die Fahrt auf der Autobahn nach Hause runter. Dabei vielleicht vor mich hin singen, vielleicht aber auch einfach nur die Stille genießen, das monotone Rauschen und Brummen vom Motor. Einfach durchatmen, Stille. Oder einfach mal, wenn es eben emotionaler war, mal lauter singen, mal allen Frust wegsingen. Das funktioniert. Und gerade beim Autofahren ist es, die Geschwindigkeit bringt irgendwie so die Welt in den Hintergrund. Und man konzentriert sich dann auf sich und hat dann wieder Zeit, um runterzukommen. Und meistens, wenn ich nach Hause komme, habe ich das Griff so schon verarbeitet tatsächlich. Und wenn ich zu Hause bin, genieße ich die Zeit mit meinen lieben Menschen. Ich mache zum Beispiel auch Handarbeit oder ich mache Yoga. Ich liebe das. Es ist ein Weg, um sich selbst zu finden. Meditation, um seine innere Mitte zu finden. Was rätst du anderen, die vielleicht in den Beruf möchten? Weil ich weiß, dass ihr wirklich dringend Unterstützung braucht. Also daraus ergeben sich ein paar Fragen. Eine Frage zum Beispiel. Ist es wirklich so schlimm, mit dem Beruf zu arbeiten? Also kannst du vielleicht auch mit ein paar Klischees aufräumen vielleicht? Oder die darstellen? Also das Klischee zum Beispiel, dass wir nur fürs Waschen oder fürs Füttern da sind, das ist natürlich vollkommen überholt. Für diese Tätigkeiten haben wir zum Beispiel oft extra Pflegekräfte, Pflegehelfer, die sich um diesen Bereich kümmern. Meine Aufgabe ist eine medizinisch-fachliche Betreuung. Das bedeutet, ich habe eher mit Medizinprodukten zu tun, mit Medikamenten. Ich wechsle oft für Bände, assistiere beim Drainagenziehen. Wir assistieren den Ärzten bei kleineren Eingriffen am Bett, zum Beispiel, wenn es notfällig ist. In Notfallsituationen sind wir absolut expertenmäßig geschult, dass wir selbst auch schwerere, also herzwirksame Medikamente geben können, wenn der Patient droht auszugehen. So sagt man das hier. Da möchte ich definitiv den Leuten erzählen, wir sind keine Saftschubser, wir sind medizinisches Fachpersonal. Und das ist auch ein Bereich, der für mich ganz, ganz doll wichtig ist. Ich fühle mich in meinem Beruf immer als wertvoller Mensch. Wenn man auch mal persönliche Probleme hat, wenn man auch mal seine Prioritäten sich verschoben haben. Sobald man hier ist, fühlt man sich wichtig und wertvoll, weil andere Personen einen brauchen, die sind auf mich angewiesen. Ist es wichtig, dass ich hier bin? Ist es wichtig, dass ich diese Arbeit mache? Und egal, was sonst passiert, egal, auch wenn man sich mal unwichtig fühlt, egal, was man manchmal für kleine Nöte hat, das gerät hier in den Hintergrund. Und man lernt das Leben, das Wichtige im Leben kennen. Und das ist ein großer Teil von meinem Leben. Was ist für dich das Wichtige im Leben? Gesund sein ist absolut wichtig und glücklich sein. Ich frage Menschen, die mir etwas bedeuten, meine Freunde, meine Familie, ich frage sie oft, bist du momentan glücklich? Anstatt, wie geht es dir? Weil das ist etwas, was ich essentiell wichtig finde. Danach strebt jeder Mensch. Jeder Mensch möchte gerne glücklich sein. Und das ist auch, was dieser Beruf bei einem auslösen sollte. Dieser Beruf sollte einen auch glücklich machen. Und wenn man in der Ausbildung merkt, dass es das nicht ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du solltest immer einen Beruf ausüben, der dich weiterbringt, der dich voranbringt und der dein Leben bereichert. Und das tut er für mich. Hat man, wenn man dir jetzt zuhört und denkt so, ich würde das vielleicht gerne machen, mit Menschen kann ich gut arbeiten, Verantwortung kann ich ganz gut tragen, aber jetzt so krass wie sie bin ich jetzt nicht, sagt man dann, würdest du sagen, komm in unser Team, mach es trotzdem, probier es? Oder sagst du, boah, die, was heißt die Messlatte, aber die Skills sind so heftig, dass es schon ehrlich gesagt eine Hürde ist? Man sollte auf jeden Fall Bildungskraft und Intelligenz mitbringen. Unser Beruf ist sehr anspruchsvoll. Aber probieren geht über Studieren. Probier es aus. Schmeiß dich rein. Unser Team ist so aufgeschlossen, so vielfältig, so divers. Von allen. Ich habe hier so viele Kulturen kennenlernen dürfen. Ich arbeite mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen. Das ist, dafür begeistert man sich einfach. Und ja, ich würde definitiv den Menschen raten, probier es aus. Vielleicht gefällt es dir. Vielleicht entdeckst du eine neue Seite an dir selbst. Neues dazulernen ist immer super. Also auf jeden Fall. Hast du eine kleine schöne Geschichte für uns, an was du dich gerne zurückerinnerst von einer Patientin oder vom Patienten? Oder sagst, boah, das hat mich echt gecatcht. Also das sind eigentlich keine speziellen Dinge, die mich catchen. Wir haben ab und zu wahnsinnig, wahnsinnig freundliche Patienten, die unseren Job zu schätzen wissen. Und das ist das, was mich dann immer zum Lachen bringt, wenn Patienten zu mir sagen, Schwester, dass ihr trotz dieses hohen Pensums noch die Kraft habt, so viel zu machen und so freundlich zu sein. Wir kriegen sehr oft das Kompliment, dass wir sehr, sehr freundlich hier sind und dass wir uns sehr viel Zeit für die Patienten nehmen in unserem Rahmen. Und das bringt mich immer zum Lächeln. Damit kriegt man mich immer. Das ist uns sehr, sehr viel wert. Ein Danke und ein, ich weiß das zu schätzen, ist es für uns unfassbar viel wert. Ja. 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 Ja.